Warum eigentlich Tord mit? Ähm... Wir müssen ja gleich ins Bett. Also... Ich renne doch schnell aufs Klo. Gleich wieder! Aber die Leute vergessen, was man auch bezahlt. Deswegen... Deswegen hab ich ja... Deswegen... Ja... Hey, es cheat nur zwei Leute. Tippi ist wild unterwegs, bin ich ehrlich. Wer Tippi? Hier. Ich guck mal kurz rein. Mal gucken, was da bei ihm drin steht. Ich habe an. Ah. Ich calle einer aus dem Gegner-Team. Macht's. Oh Gott, ich hab... Gerade... Also B, sagst du? Alle Kills. Nein, 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 da. Hallo. Alter, ich hab zwei Mann in den Kopf gegeben. Ah, das wird wirklich... Sicher sind sie? Are you sure? Scheiß, die Wand an... Da, 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 der Drei-Fäkalien-Mann. Meine 30 Kills sind Short-Match. Alter. Also das ist ja wohl ekelhaft. Ich calle einer aus dem Gegner-Team. Macht's. Alle Kills. Ah, shit. Here we go again. Ich hatte ganz kurz die gleichen. Oh, Cock-Slicer heißt der eine. Oh, ho, ho. Fünf Accounts und zwei Medaillen. Das ist auch... Ich geh A. Ich geh B. Ha. Groß. Was ist denn? Äh, drei VB übrigens. Oh mein Gott. Äh, einiges VB. Nice. Ich guck ihn an und schieß nicht. Ist alles wegen der Fliege. Eine Hände? Ey, also Lambas ist ne Drecksau. Normal. Das war echt frech, dass der Headshot nicht reinging darauf Zeit. Ah, also auch, wie ich mich fühle. Das ist echt hier grad wie mit irgendeiner Fremden von nem, keine Ahnung, der Tante vom Tümpel einfach ohne Limmeltüte reingejallert. Geh zum Herzen. Hehehehe. Oh Gott. Die werden jetzt wieder Cheater schreien. Hehehehe. Ey, boah. Äh, Squeaky. Ich hör mir jetzt Main. Nur einer Main. Was? Nicht wegwerfen. Ah, ah. Ey, ich will die AK. Kann doch nur abgucken. Probieren, behalte du die ruhig. Ich hab mehr Geld, dass du würdest. Nimm du die M4. Ich wollte eigentlich ne A-Jub. Oder hattest du genug Geld an so für ne A-Jub? Ich hab dich doch gekreut. Höh. Bzwanzig, du hast so ungefähr so gesprochen. So ungefähr hast du gesprochen. Yakuza wieder heller erleuchtet. Dann geh ich mein Stück zurück. Hab nichts gesehen eben beim Reinpeaken, Yakuza. Ja, alles klar. Ich komm zurück. Der geht zurück. Der ist grad weggeschleppt. Du darfst eigentlich nicht sterben. Bombe geht auf A. Ich geh auch mal. Ich geh da noch hin. Nice. Alles. Nice. Was macht der denn? Ja, nice. Heaven, heaven, heaven. Heaven. Runden auch. Scheiße. Main, links, rechts. Eko, Beko auf zweiter 300, Leute. Ich würde einmal einbuchen. Äh. Jetzt den Brauchen. Alles klar. Mensch, Nakuza. Also das. This needs the stuff now. Na gut, Eko. Ja. Ding Dong. Kleine Simson. Da, 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 da. Und sanse, aho. Da, 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 da. Yakuza, ich flash die jetzt deep. Und let's go. Einfach so einfach, Yakuza. Hast du gemerkt? Ich muss nochmal ihn sehen. Guck mal. Der hat sich echt umgedreht. Nice. Beide down. Red hits. Jungs, jetzt erstmal nicht wahren. Kuss. Kuss. Eieiei. Ey, der war nicht tief. Was war der? Ja. Er war nicht tief. Ja, der war da irgendwann mal drin. Vorhin. Ja. Das ist ne Frechheit. Das ist ne Frechheit. Das ist ne Frechheit. Zeit. Electric. Plenty voll, oder? Jetzt war mit deiner Kenny, oder? Bei da dran. Mit hat Blut geleckt. Oh. Oh. Oder? Ach. Hä? Leck mich. Ich wünsche mir Glück. Dankeschön. Oh. Oh. Ich bin ein bisschen top, oder? Ich bin... Okay. Hässt er bei Whitebox aus? Alter, was? Roni. Gerade. Einer Elektriker. Einer... Einer ist Elektriker. Wollt ihr B versuchen? Ich mache jetzt... Ich mache jetzt Solo-Play wieder. Jungs, bitte. Oh mein Gott. Danke. Moly Heaven geht ihr aufm Plan? Bombe muss gelegt werden. Oh shit. Wenn deine Nade kommt... Nice. Ja, das war's schon. Ja, ich hab drei Leute geholt. Ach, du hast mit deinem Solo-Play Leute geholt. Ja, cool, oder? Ich bin vorhin von dir runtergerutscht. Du bist so groß. Mit der Flash von Whitebox weg. Ich wollte gerade sagen, Connector kommt jetzt bestimmt. Ich mach einfach... Ich hab Zentral-Aim gemacht. Ich hab den getroffen. Ich krieg einen Nade in die Fresse. Alter, ich bin ein Tier. Hast du gesehen? Die ist voll durch. Da lacht er einfach. Und da einer. Jan, kannst du die Bombe mitbringen auf A? Komm mal. I wave. Pass auf. Einer hat noch ein AWP-Shirtchen, ne? Der ist Low, der letzte. Nice. Ich tue beide Beine durch. Darum in zwei. Lol. Lol. Lol, oder? Ich geh direkt... Ich geh... Ich geh direkt beim B jetzt reinpicken. Der steht da. Der Boost-Bergrensch steht da, wenn du piekst. Äh, aber... Wo? Frost Boost. Mach die Fieke. Ich bin dumm gesprungen. Da ist noch einer rechts. Herr Oberhalft! Yakuza, ich weiß nicht für wen gelegt ist, aber der eine zieht sich zurück. Das ist der für. Du musst rangehen. Oh, nice. Oh, Yakuza. Macher! Kicken wir Yakuza? Äh, Mensch. Komm, Yakuza, ich boost dich hoch und geh dann nach Mitte. Yakuza, du machst da wieder irgendwelche Erfindungen hier. Du könntest einmal auf halber Strecke stehen zwischen den Formen. Ja, oder nach der Linie ein bisschen. Ja, kann du mir nehmen. Ja, nicht ducken. Ja, ich musste stehen, aber... Ah, Yakuza, dass du sowas verkacken kannst? Hahaha, du warst dann wieder drauf. Komm, das war jetzt aber deine Schuld. Ich bin wieder an mir. Da ist noch einer, Window weg. Yakuza, wir zwei oder? Mh. Mh. Ho. Wo ist Sandbags? Sandbags? Tatsächlich, da ist ja wirklich einer. Einer Sandbags, B, sieht auch clean aus. Immer noch Sandbags gewesen oder was? Der hat da auch richtig alles... Alter, was der alles geschrieben hat. Ja, der ist immer... Der hat sich die komplette Collection ausgefuckt. Ist der Tilt oder was? Fuck. Ein Fuckers, das ist schon nicht so krass. Was hat er geschrieben? Fuckers. Ja, nicht nur Fuckers. Please, fuck me, please. Das war so der Prolog. Das ist, glaube ich, ein bisschen sauer. Oh, Cripple, gibst du mir einen Pust? Ja. Mach aber hier den Pust. Achso, Cradle. Oh, echt jetzt? Okay. Achtung, Cradle. Bam, papapam. Jetzt weißt du, wie es geht. Ja gut, das hatte ich ja sowieso gewusst eigentlich, aber dann doch nicht. Hm. Boah, kommen die vielleicht... Vielleicht stacken die. Ja, komm, lass einfach alle A gehen. Einfach alle A. Das sind zwei. Alter, das ist nichts auf A. Das sind zwei. Boah. Alter. Komm her, Kusa. Hier. Komm dir. Mach noch ein Skop. Easy. Du musst noch nicht empfehlen. Das ist super, Junge. Oh, ich bin gespannt, wo ich jetzt stehe. Scheiße. LAM, Jan. Oh, schau, hab ich's gespoilert. Let's go! Ich hab's noch nicht gesehen, aber... Oh mein Gott, Lehm! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe. What? Hacker Man. Hacker Man. He's the most powerful hacker of all time. Also, если du nicht wirst, kannst du mehr dankbar aufsnehmig. вол Affirmat's an肉 mit вашmacken. Du sagst eine Momente. Du sagst eine Momente, die. Deineuum. Wie ist das nicht so intensiv? Du sagst haben. Lash-Lash-Lash-Lash-Lash-Lash-Lash-Lash-Lash-Lash-Lash-Lash-Lash-Lash-Lash-Lash-Lash-Lash-Lash. Vielen Dank.